Herzlich Willkommen zurück zu Let's Breakdown in Saphir. Und im letzten Part bin ich einfach vom Laufwechserfeld, glaube ich, hergelaufen und hab halt was gemacht, dass man das so machen muss auf dem Weg. Und war auch so schnell gegangen. Das Pokémon Kristall. Kampf gegen Team Rocket Boss. Zingere. Ok. Ich hoffe, man versteht mich. Und ja. Ich bin mir aber auch gut. Das ist einfach. Oh, das stimmt. Okay. Ich habe schon mal einen Grund, dass ich verliebe. Aber auch nicht. Okay. Aber B wird, glaube ich, sehr gut wie das ist. Das war jetzt der große Fehler. Ich bin mir aber auch nicht. Das war jetzt der große Fehler. Ich muss mal gucken, wie viele Ohren ich habe. Was ich jetzt mal sehe. Drei. Ja, dann. Das war jetzt noch Bescheiden. Das war's für heute. Hey! Ich hab' noch eine Plone. Ich hab' noch eine Plone bekommen. Ja, da ist es auch noch andere. Ja. Ich hab' noch eine Plone hier. Heike und Heiko. Was gibt's noch? Heike? Gibt's das? Keine Ahnung. Kann sogar sein. Wie süß! Das verbreitet Stress. Und wir schreien auch noch. Um etwas weiter zu kommen. Und eine... ...eine... 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 ... Schnell! 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 Ach! Ach, Mann! Geh weg! Ach, kennst du schon! Ja, kennst du schon! Ich kennst du schon, okay? Okay. Ich kann mich auch immer auf euch verlassen. Ach, findest du Team Aquaboss? Okay. Dass ich jetzt keinen Bock auf die Kämpfe hab. Das ist... Pocken und Diamant. Ich glaub, die Anfangsstätte. Klingt ein bisschen so. Der Jubelstatt. Keine Ahnung. Ach, ja. Danke. Hm, ich hab dich gequält. Ich hab dich gequält. Ich hab dich mit Luglitz auf der Straf gefahren. Ich hab noch was. Ja. Das glaub ich. Die Stadt da. Oh Mann. Jogelstadt. Kaliwana! 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 Na. Schnell! Müller! Ja, ich mag... Naja, Karschmuckwerk und dann... Regenwasser. Geologie-Zube-Dirkt-Greben. Welt, Visionen, Stürmen, Kinder. Ich, Apion. Earth, Frag-Ninein! Nein! Komm! Schaffst du? Kölbert! Erste Schlaf! Komm jetzt! Ist das auch wirklich ein Diamant? Weiß ich. Okay, das Rauschmann hat schon gerade abgeschickt. Wie schreckt denn was das war? Ich hab keine Ahnung, wie viele Spiele ist das? Ach, das war dieser Eisstab da. Was denn? Wie hieß denn die? Naja... Äh... Von hinten sieht er aus, als hätte er zum Koffenzoffen. Schneller! Der rennt! Und kommt nicht an. Ach ne, ich hasse diese Stelle. Ich hab keinen Bock. Einfach allem ausweichen. Ja... Ach Mist! Ja... Wir haben sehr viel... sehr viel mehr gesehen. Ich hab keine Ahnung. 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 Ich hab kein Ahnung. Ich hab nicht gewonnen. Tschüss. Hi. Spielt ab. Ich weiß ja nicht wieso, aber ich geh mit ganzen Sachen hier rein. Na egal. Ach so. Was brauch ich denn gar nicht? Ich weiß. Na gut. Das kann sein. Na einmal. Das ist schon. Das ist besser. Nein? Dann was los. In der Hand. Emily ist zum Thema Ei. Auch wenn das nichts damit zu tun hat. Das könnte der Armin sehr behilflich sein. Meisterpfeil. Es geht schildert also. Tschüss. Ach jetzt wo ich gerade mal so den Meisterpfeil sehe. Der hat mir gerade zu eilt, dass hier ein Markt ist. Tch. 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 Ja, von mir aus wäre nicht richtig. Das war nicht schlau. Aber das ist mir egal. Tch. 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 Wie mach ich das denn jetzt? Ich habe das nicht. Ja, ja. Wirklich. Okay, gut. Wll ich kämpfen ... was soll ich kämpfen würde. Oh nein, Ich kämm pain boggens. Tch. Natürlich kann ich das nicht. Zit. Tch. Nachmehmen. Es hat keine Wirkung. Ach so, wenn es nach oben geht, mache ich es so. Und wegkacke. Ja. So, so geht es noch schneller. So. Das kann ich aufs Lernen. Dieses Lied ist... Warum müsste dann schon irgendwas? Keine Ahnung. Eins von beiden, nimmst das hin, wenn ich schon wieder zurück kann. Ja. Hi. Wach ist das heiß? Es hat der Flammenbeer Speyer von nebenan Der in Sand rumhängt. So wie das alle machen. Also... Also... Habe ich schon öfters gemacht. Ist das nicht... Das Lied von... Nimmst du, wo es halt Wasser gibt? Was ist das? Oder die Alka? Oh nein. Das war auch nicht. Genau. Genau. Das haben wirklich keine Chancen. Genau. Das haben wirklich keine Chancen. Genau. Also... Wirklich jetzt... Wirklich jetzt... Das kann ich ja machen. Ich zeige einmal... Wie ich da hin renne. Genau. Genau. Das ist das Räckwasser. Das ist der Räckwasser. Das ist das. Der Räckwasser. Das ist das. Das ist der Räckräfte. On. On. Ich dachte, hier gibt es eins. Gab es hier keins? Okay, ein Ding ist da. Wie heißt das? Was ist auf dem Ding? Den Geil? Okay, bis zum nächsten Mal. Und da werde ich mir dann ein Ding mal gefangen haben und 25 streniert. Und tschüss.